Menschen bewegen, Welt verändern, als Salz und Licht. MOVE Audio, das Magazin der Allianz Mission zum Hören. Beschenkte Gemeinde. Das Team des Servicebereichs Church Relations stellt sich und ihren Auftrag vor. Als Allianz Mission möchten wir Gemeinden in Deutschland für Weltmissionen begeistern und durch Weltmissionen bereichern. Wir sind überzeugt, dass von einer lebendigen Partnerschaft mit Missionarinnen und Missionaren beide Seiten profitieren. Die Missionare sind auf Unterstützung mit Gebet, Spenden und Anteilnahme angewiesen und die Gemeinde nimmt ihren weltmissionarischen Auftrag wahr, profitiert von Ideen und Innovationen aus der Missionsarbeit und wird von Gottes Wirken befeuert, der derselbe ist, ob in Nairobi oder Nürnberg, ob in Manila oder München, in Dessau oder Dnipro. Dafür ist der Servicebereich Church Relations unterwegs. Deborah Gerhardt, Boris Schmidt, Wolfgang Schmidt und Simon Dirks. Ob als Ansprechpartner für Partnergemeinden, beim Vermitteln von Missionarspartnerschaften, bei Missionsgottesdiensten oder auf Herbsttagungen oder Konferenzen. Aktuell freuen wir uns über 324 Gemeinden, die eine Partnerschaft mit Missionarinnen und Missionaren der Allianz Mission leben. Darunter 225 freievangelische Gemeinden und viele weitere Gemeinden und Gemeinschaften. 2023 starten wir etwas Neues. Künftig möchten wir, Missionsansprechpartner und Kontaktpersonen in Gemeinden fördern, Schulen und stärken, Weltmissionen ihrer Gemeinde sicht- und fruchtbar zu machen, damit sie noch näher am Herzschlag von Gottes Mission sind. Dafür laden wir gleich zweimal ein. Zum einen zu einem Online-Seminar mit dem Team Church Relations, Missionarinnen und Missionaren und viel Raum zum Lernen und Austauschen darüber, wie Partnerschaft gestaltet werden kann. Zum anderen sind wir sehr dankbar für alle Missionsbeauftragten unseren Partnergemeinden und laden sie deshalb zu einem Empfang ins Eversbacher Kronberg Forum ein. Wir möchten Ihnen zuhören, Ihnen danken für Ihren Einsatz und gemeinsam nach vorne denken und planen. Für alle Fragen zur Arbeit von Church Relations, rund um Missionarspartnerschaften oder für Ihre Ideen, wie die Gemeinde ihren weltmissionarischen Auftrag noch besser leben kann, stehen wir zur Verfügung. Gerne kommen wir auch zu Ihnen und gestalten einen Missionsgottesdienst mit Ihnen gemeinsam. Wir freuen uns, Sie noch besser oder erstmals kennenzulernen. Das Online-Seminar für Missionsbeauftragte per Videokonferenz findet statt an alternativen Terminen am 7. und 27. September oder am 17. Oktober 2023, jeweils von 19.30 Uhr bis 21 Uhr. Eine Anmeldung ist möglich unter alz.ms. Der Empfang für Missionsbeauftragte im Eversbacher Kronberg Forum findet statt am 18. November 2023 von 13 bis 17 Uhr. Eine Anmeldung ist hier möglich unter alz.ms. Die aktuelle Ausgabe der MOVE Abonnieren oder online lesen unter allianzmissionen.de Querstrich MOVE Appendung Die Yangtze Untertitelung heel